Manche Rätsel sind echt so... ARK! Wie gesagt, ich denke ja eigentlich, dass ich auf der richtigen Spur bin. Nur zu langsam. Oder... halt ein klein bisschen noch daneben liegt. Aber wir wissen ja, da gehört auch... äh, ausprobieren, schnauz probieren und sowas dazu. Besonders schnauz probieren. Fährt der jetzt, äh, hoch oder noch? Ne, fährt einfach nicht. Das fährt. Ähm, wenn ich von hier mal drücke, Drück. Hm, schiert. Nein, nicht escape. Nochmal. So, von hier. Hochklettern. Drücken. Und gucken. Und warten. Und nochmal drücken. Und... Pullen. Bitte fahr hoch. Bitte fahr hoch. Wie dritter. Er fährt nicht. Was mach ich falsch? Was mach ich nur falsch? Hm, da kratz ich mich erst mal am Kopf. Bestimmt sitzt der Spider-Web. Spider-Web. Erkennt ihr nicht. Bestimmt sitzt der Spider-Web wieder jetzt vorm Bildschirm. Oh, nee, da, so geht das doch, Robert, Mann. Guck's dich doch an, wie ich's gemacht hätte. Genau so sagte das. Komm schon. Der macht das nicht so. Der macht das einfach nicht so. Der ist echt gemein. Der macht das einfach nicht so. Mann. Jetzt dachte ich, ich krieg das hier mal schnell hin. Oh, es war späßen. Nix gewesen, ne? Ein Satz mit X, das war wohl nix. Gibt noch ein paar tolle Versager-Sprüche? Bitte jetzt melden. Die, 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 die. Warte mal, der kann doch gar nicht hochfahren. Weil jetzt das vorherige, der vorherige Schatten, Timmy, der verschwindet ja, wenn ich den neuen auslöse. Aber wie fahre ich denn hoch und muss ich... Boah. Boah, boah, so schwer. DJ, turn die Platte zurück. Nein! Ob das eine Möglichkeit ist? Ich hab keine Ahnung. Nein, komm schon. Oh! Nein! Nein! Ah, der guckt dann nach unten, weil jetzt nicht mehr funktioniert halt. Eine Sauerei hier. Oder war das richtig? Ich weiß nicht. Vielleicht muss... Ah, scheert! Aber guck doch mal, vielleicht geht das ja so. Ne, das war jetzt komplett doof. Die war ja noch oben. Ähm... Wenn ich jetzt drücke... Zurück... Spuuuuh, shit. Versteht ihr? Ich will da durchrennen, solange die noch läuft, sodass die Platte dann wieder hoch geht. Ähm... Opa! Jaaa... Nein, das war zu früh! Oh, komm schon! Äh... Nein! Jetzt... Das ist ja dumm! Kann ich nicht laufen, während ich Zeit anhalte? Oh, ich halte sie achtfach an! Jetzt ist die oben und ich komm nicht hoch. Oh Mann, das ist doch doof hier. Jetzt müssen wir die erstmal wieder runterlassen hier. Okay. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Manchmal... Wer soll sich das denn angucken? Wisst ihr? Sagt mir doch, dass es scheiße ist. Nein, bitte sagt mir das nicht. Nein! Oh nein! Oh nein! Hippa! Drücken! Spulen! Laufen! Das, äh... Geht zu schnell! Hm... Hm, 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 hm... Ach, wisst du... Ach, wisst du... Hat ja schon wieder ein paar Minuten gedauert hier, Mann! Und... Und... Wisst ihr was? Wasser ist nass. Das auch, ähm... Ich mach' noch mal ne ganz kurze Unterbrechung. Und... Probier hier ein bisschen rum. Weil ich... Möchte euch das wirklich nicht antun, dass... Das... Das Video so lang ist und ja nur das eine hier seht. Meine... Das ist zwar zum Rätseln da, aber... Ich finde, es sollte nicht allzu lang werden. Aber... Gerade weil ich ja nur... So... Etwa... Zehn Minuten immer hochladen. Also... Bis gleich! So Leute, da bin ich wieder. Diesmal ohne... Spezielle Begrüßung, äh... Weil, wie gesagt, zur Vervollständigung. Ich hoffe, das ist euch recht so, dass ich hier... Mal... Kurz... Offscreen rumprobiert habe. Es war... Bestimmt 20 Minuten... Was ich hier rumgefummelt habe. Ich schwöre, ich habe nicht irgendwie eine Lösung nachgeguckt oder so. Mir ist aufgefallen nämlich, wenn ich so mache... Das betätige. Und der Schatten läuft rein. Der hört immer nur auf, weil er nicht oben ist. Ich kann ja aber den Hebel selber noch drücken. Okay, das war ein bisschen spät. Aber versteht ihr, der kann, äh... Dann kann er den Hebel drücken. Ja, das machen wir hier. So... Ja, auf Schatten. So, ich fange nochmal hier an. Ich hoffe, das kriegst du nochmal hin, so wie eben. Spuck hier schon... Töne. Ich muss auch schnell fertig werden. Gleich gibt's Mittagbrot, versteht ihr? Ah, das war schon... Das war viel zu... Wenig Zeit, die ich ihm jetzt gegeben habe. Hebel gedrückt. Den Hebel gedrückt. Zurück gespult. Geh nochmal hoch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hebel drücken. Hin und her, hin und her, hin und her. Ja, er hat's geschafft. Ja, er hat's geschafft. Jetzt bin ich oben und hol das Teil. Das dürfte das letzte dieser Welt gewesen sein. Ja, war's. Wie wir sehen. Das kommt da rein. Und das drehen wir einmal an. Paling! Geschafft. Ach, ich freu mich immer, wenn ich in einer Aufnahme mit einem... Komplett gelösten... Mit einer komplett gelösten Welt benden kann. So. Das wollte ich sagen. Aktuelle Welt verlassen. Was stand da? F2. Und die Welt verlassen. Okay. Ähm, nimm, 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 nimm. Ja... Dann... Das dürften jetzt nur ein paar Minütchen gewesen sein. Beende ich jetzt trotzdem die Aufnahme, auch wenn's ganz kurz war. Weil... Es gibt gleich Mittagessen. Wie gesagt, die riecht schon lecker nach. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Aber egal. Äh, vielleicht nehm ich ja her noch... Vielleicht nehm ich her noch auf. Nein, nachher. Dann... Oder... Viel später. Für euch ist es ja natürlich... Morgen oder in diesem Video noch. Geht's dann weiter mit Welt 6. Und dann kommt irgendwann noch Welt 7. Und vielleicht kommt eine Welt 8. Ich weiß es nicht. Mal sehen wie lange das hier noch dauert alles. Bin sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch. Äh... Bis dann. Wiederschauen. Reingehauen. Oder so. Tschüss.